Hallo zusammen, finde ich genial, dass du bei mir gelandet bist und ich möchte heute zu einem Thema reden, die mir sehr auf dem Herzen ist. Und zwar hat es mit dem ... mit dem ... Leck doch mir am Töppli, du! Nein, doch! Schau! Nein! Ja, hey, du! Ja, ich rede mit dir! Ja, mit dir, du, wo wir jetzt hier zuschauen. Leck doch mir, hast du ein Chaos! Ha, ha, ha! Leck doch mir! Das klingt ja nicht. Du musst mal aufräumen. Das geht ja nicht. Nein! Schau! Kannst du noch ein wenig ... Ja, genau! Ja, genau, ist gut! Leck, hinten ist noch eine Kiste! Nein, die muss wirklich aufräumen. Nein, die wird ... Nein, das ist der Grusse! Leck doch! Oh, der Staubsauger! Leck doch! Hey, will du wieder mal Staubsauger? Nein, das glaube ich ja nicht! Du hast ein Puff! Nein, also, so mache ich ihn mit! Nein, so mache ich ihn mit! Nein, also, nicht mit mir! Ich gebe mir doch da nicht Mühe! Und dann ... Leck, hast du so ein Puff bei dir? Nein, das glaube ich nicht! Nein! Was? Was mein ... Was? Ja, aber er ... Was? Nein! Natürlich geht es mir etwas an! Ja, logisch! Nein, er hat ein Hennenpuff! Das ist doch ein Chaos! Nein, Leck, komm du jetzt! Nein! Hör doch! Der hat ein Hennenpuff! Nein, komm mal selber schauen! Komm, komm jetzt mal! Komm, komm! Jetzt schau mal! Schau mal! Hast du gesehen? Er hat wirklich ... Er ist schon ein Puff! Aber es ist ein Hennenpuff! Kannst du ihm jetzt nicht so sagen? Nein, komm jetzt! Nein! So kann ich nicht arbeiten! Nein, so kann ich nicht arbeiten! So will ich ja mein Thema nicht bringen! Das scheisse mich wirklich! Vergiss es einfach, solche Dinge! Nein, ehrlich! Und da! Das sage ich dir jetzt! Auf das erste Mal räumst du auf! Vorher sage ich nichts mehr! Ei, ei, ei! Das scheisse mich gerade an! Ei, ehrlich! Musik